Das ist der Stoff, aus dem Video-Legenden gestrickt werden. Und das sind die populärsten Netzvideos 2009. Sie führt die Liste mit den meisten Klicks mit großem Abstand an. Die rührende Susan Boyle. Britisches Supertalent, mehr als 120 Millionen Abrufe allein bei YouTube. Platz 2 der populärsten Videos, David of the Dentist. Dieser kleine Junge, der nach dem Zahnarztbesuch noch sichtlich Narkose benommen ist. Für Rekorde sorgte in diesem Jahr auch der zwei Jahre alte Kinder-Videoklassiker, Charlie Bid My Finger. Das britische Filmchen, Charlie hat mir in den Finger gebissen, ist seit November neuer Rekordhalter. 135 Millionen Mal gesehen. So oft wie bisher kein anderes Video bei YouTube. Und auch in den Charts für Videos aus diesem Jahr hat sich noch ein Kinderfilm, einen Spitzenplatz, sportlich erkämpft. Dieses aufwendige Werbevideo hat seine Kosten tausendprozentig wieder eingespielt. Ein Brautpaar mit einem wilden Tanz. Ein Hitkonzept, das schon viele Jahre aufgeht. Jetzt ist es dieses Paar, das die Clip-Gemeinde am meisten begeistert hat. Schau mir in die Augen, Kleines. Mit diesem Blick hat sich der süße Faulaffe tief in die Herzen von Millionen Videoklickern gebrannt. Und eine Geschichte mit Biss bewegt die Netzgemeinde in diesem Jahr auch noch ganz besonders. Clips rund um die Twilight-Saga New Moon. Bella und Edward, die Stars auf Leinwand und im Netz. Die Stars auf Leinwand und im Netz.